Video von unserer EP. Wir haben das ganz ausgeklügelt gemacht, während wir diese Sendles geschrieben haben. Haben wir ausführlich darauf geachtet, dass kein EP-Song nach dem anderen kommt. Ja, da haben wir wieder in der Hand. Ja, egal, es kommt erst später, bis dann wieder irgendwas in den Song. Gut, ähm, so der nächste heißt Hello. Da fang ich alleine an. Das heißt, der Janis hat mal kurz vorgegeben. Die E-Seite ist aber sehr froh. Auf zwei. Oh, come on, dear. Let us pack it in our lips. So, jetzt. Nobody knows where we're gonna go. I put these words up in my hand. I couldn't find no sleep. It came to be natural. I like it so hard right now. But what's up here tonight? Yeah, the style I was writing at all. When I said to you was hello, hello, hello. I just shouted hello, hello, hello. And I chose not to share these words with you. One day in my life, if I didn't realize that I need to be happy right, I didn't feel that satisfied. Cause you were walking my way out, and I said to you was hello, hello, hello. I just said hello, hello, hello. And I need you not to share these words with you. And I said to you was hello, hello, hello. And I said to you was hello, hello. And I said to you was hello, hello. And I said to you was 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 hello. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020